UNTERTITELUNG Entweder verlor er diese Seite, oder die Killer ließen sie zurück. UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Vielen Dank. Hey, Sie sind zurück. Gut. Ich hoffe, die tiefen Pfützen waren kein Problem. Heftige Überflutung da unten, oder? Genau wie ich gesagt habe. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe hier alles gefunden. Zeit, die Leiche zu obduzieren und nachzusehen, was sie verbirgt. Casey, ich glaube, dass etwas in Nightingales Leichnam gesteckt wurde. Die Deputies sollen die Leiche zur Leichenhalle bringen. Okay. Deputy, bringen Sie die Leiche für eine genaue Untersuchung in die Stadt. Sofort. Ja, aber der Gerichtsmediziner kehrt erst in einer Woche nach dem Hirschfest zurück. Kein Problem. Ich schaffe das selbst. Oh, und Sheriff Breaker hat angerufen. Er hat die Bookers im Odee Diner in der Stadt getroffen. Oh, und ich habe einen Schlüssel fürs Tor. So kommen Sie schneller zum Parkplatz zurück. Einfach den Hügel hoch. Danke. Holen wir das Auto und fahren wir nach Bright Falls. Wir müssen mit den Zeugen, den Bookers, reden. Beim Diner, oder? Ich könnte einen Kaffee vertragen. Probieren wir die Abkürzung vom Deputy aus. Klingt gut. Abgesehen von den Morden ist das ein schönes Städtchen. Der Wald. Die gemütliche Hütte. Wir sollten mal wandern, wenn wir Zeit haben. Das war einfach nur gemein, Anderson. Die Deputies sind der Sache nicht gewachsen. Hoffen wir, dass der Sheriff hilfreicher ist. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. So etwas Grausames sehen Sie bestimmt nicht oft. Ich sehe mir kurz was an. Bin gleich wieder zurück. Okay. Ist das eine Kinder-Lunchbox? Eine Alex Casey Film-Lunchbox. Casey hasst diese ständigen Witze darüber, dass er zufällig denselben Namen hat wie ein falscher Detektiv. Casey hasst diese miesen Noir-Bücher. Aber die Filme hasst er richtig. Ich sehe dich. Ich habe noch nicht alles durchschaut. Herz entfernt, ein Stativ, Spuren, die in eine Sackgasse führen. Ein Kamerastativ? Um einen Snuff-Film zu drehen? Vielleicht. Und warum das Herz entfernen und dann wegwerfen? Damit wir etwas finden können. Das ist ein Kamerastativ. Also gut, fahr mir zurück zur Stadt und treffen uns mit dem Sheriff im Diner. Ich bekomme die Manuskriptseite nicht aus meinem Kopf. Killer haben sich bisher noch nie so direkt gemeldet. Ziemlich beeindruckende Arbeit. Mit ihrer...